Nym 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 Wieder sehr leckeren Kuchen Ein riesiges dunkles Haus mit Mix drin Super Kleiner Dorfteich Da noch mal Ausblick auf die Windmühle Hast ihn gefunden Ok Oh ein Lager Sicher dass das der Brunnen ist Das hier Was soll das sein? Verstehe ich nicht Süßes Wasser drinnen Süßes Wasser drinnen Was soll das machen? Was soll das sein? Halt Ich habe das mit dem der 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 Ich bin auch mal rein. Das ist wohl das Stadtlager, hier könnte man auch überall ein Ei hinlegen. Überall gibt es überall Quatsch, aber ansonsten. Noch ein Kuchen. Hier dürfen sich andere gehen. Ich hatte vorhin gerade hier Raum mit genug Kuchen. Können ja hier gar nicht rausgehen. Und hier geht es wieder runter. Wie bekommt man eigentlich nicht die Items? Also muss ich die irgendwo einlösen? Ein Schweinestall! Ein Schweinestall! Ein Schweinestall! Ein Schweinestall! Hier ist eine Brücke! Ah, hier führte ihr Weg! Dem Haushalt! Okay! Haben wir das auch geklärt? Schweinestall! Ein Schweinestall! Ein Schweinestall! Okay! Nicht schlecht! Oh! Sieht aus wie ein Kuhstall, der noch nicht in Betrieb genommen ist! Das ist nur zum Spawn! 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 Yay, ich habe ein Ei gefunden. Hat sich die Reise hierher doch gelohnt. Okay, hier könnte man theoretisch sich so ein Spawn-Ei mitnehmen. Wollen wir natürlich nicht. Wir besuchen mal das Schäfchen. Hallo. Hey. Toll, läuft das Schäfchen weg. Moment. Was sucht hier eine Kuh? Sieh mich an. Was suchst du hier? Das ist das Schaf-Gehege, nicht das Kuh-Gehege. Äh. Nein. Das ist das Schäfchen weg. Okay. Okay. Wo kommt das Redstone-Signal her? Ja, jetzt habe ich es gehört. Na, jetzt werden beide. Aber das nützt nichts. Da passiert nichts. Vielleicht muss ich beide ausschalten. Auch nicht. Ah, ich habe gedacht, da geht es weiter. Das ist das Schäfchen weg. Das ist das Schäfchen weg. Das ist ein Musiker See. Das ist das Schäfchen weg. Das ist das Schäfchen weg. Das haben wir, das haben wir, das haben wir das da. Das da hinten auch. Das ist das Schäfchen weg. 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 Das Schäfchen weg. Das Schäfchen weg zum Schmieden ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Das Schäfchen weg zum Schäfchen weg. Das Schäfchen weg zum Schäfchen. Und auch meine benutzen können. Mir ist ja gar nichts. Nein, auch kein Nebengönger. War klar, dass er das wieder runter schickt. Auch nicht. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Ich habe keine Häuser aus, weil ansonsten kriege ich mich doch bald ein Problem mit der Übersicht, weil das Dorf ist doch größer als gedacht. Das ist ja gar nichts. 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 Das stimmt. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. nicht vergessen zu erwähnen. So, jetzt brauchen wir dann aber nicht mehr. Ja. Ich nehme jetzt das Haus, sonst vergesse ich das. Deshalb wird es verwirrend. So. Ähm. 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 Langsam. Muss ich überlegen, wo wir schon gewesen sind. Wo nicht. Ich bin schon drin. 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 drin Minecraft Männchen sowieso Dachboden hier schläft jemand auf dem Dachboden hier ich will ein Ticket von dir kaufen Ticket, please eins Ticket, es Maybell 1 3 2 3 3 5 6 6 7 5 12 15 18